Was ist das Motiv? Das Motiv hatten wir sehr lange, bis wir wussten, was wir zeigen wollen. Wir sind darauf gekommen, dass wir den Apfel von Isaac Newton zeigen wollen, weil das für uns der Zufall am besten überbruchte. Wir wollten Materialien aus Zufall sammeln. Mit den Materialien, die wir gefunden haben, wollten wir unser Bild machen. Dann haben wir einfach Darpfeile auf eine Karte geworfen. Also jeden drei Darpfeile auf eine Karte geworfen. Dann haben wir neun Punkte bekommen. Und an diesen neun Punkte sind wir unsere Materialien zu suchen. Mit diesen Materialien gab es unser Bild. Und dann haben wir eine Karte geworfen. Und dann wollen wir unsere Materialien. Und dann sehen wir uns auch noch einmal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.